Die FAV bietet Berufstätigen die Möglichkeit, Job und Studium zu verbinden. Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist einer dieser berufsbegleitenden Studiengänge. Er ermöglicht eine akademische Ausbildung, ohne dass die Studierenden ihre Karriere unterbrechen. Aus diesem Grund finden die Lehrveranstaltungen fast ausschließlich abends oder an den Wochenenden statt. Wer eine technische Erstausbildung hat, kann im Studium darauf aufbauen. Berufserfahrung ist deshalb hilfreich. Unsere Lehrinhalte kombinieren Technik und Wirtschaft. Das Studium ist interdisziplinär. Unsere Absolventinnen werden somit zu Bindegliedern zwischen Wirtschaft, Ingenieurs und Informationstechnik. Freude am Lernen wird im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen großgeschrieben. Frontalunterricht gibt es nur selten. Gruppenarbeit und Planspiele fördern die Teamfähigkeit. Problembasiertes Lernen und Labors stehen ebenfalls auf dem Lehrplan. Diese didaktische Vielfalt kommt den unterschiedlichen Lerntypen sehr entgegen. Ausgeprägte Methoden und Sozialkompetenz sind für kreative Querdenkerinnen unentbehrlich. In gut abgestimmten Teamtrainings und speziellen Seminaren werden genau diese Fähigkeiten vermittelt. Absolventinnen und Absolventen des Wirtschaftsingenieurstudiums sind grundsätzlich in allen Unternehmensbereichen anzutreffen. Häufig jedoch an den Schnittstellen unterschiedlicher Disziplinen. Zum Beispiel in der Logistik, in der Beratung oder im Produkt- und Projektmanagement. Unsere berufstätigen Wirtschaftsingenieure und Ingenieurinnen denken und handeln ganzheitlich. Sie sind Generalisten und daher in der Wirtschaft sehr gefragt.